Die Experimenta ist eine einzigartige Wissens- und Erlebniswelt mit 275 Mitmachstationen auf vier Ebenen, den Forscherwelten mit acht hochwertig ausgestatteten Laboren und der Experimentierküche und den Erlebniswelten mit dem faszinierenden Science-Dom und der Sternwarte. Damit möchten wir den Besucherinnen und Besuchern Naturwissenschaft und Technik näher bringen. Die Experimenta präsentiert sich ja schon seit Jahren erfolgreich auf der Stuttgarter Messe Modell und Technik und das neue Format Morgenmacher passt jetzt noch besser zu unseren Mitmachangeboten, die wir hier in der Experimenta haben. Und mit unserem Motto Erlebensschaft Wissen greifen wir die Themen des Morgenmacher Festivals auf und werden viele spannende Mitmachangebote in unserem Makerspace und in den Forscherwelten auf der Messe zeigen. Der Makerspace in der Experimenta ist ein offener Raum für alle Personen über 14 Jahre, die in unseren Werkstätten, in der Digitalwerkstatt zum Beispiel, in der Elektrowerkstatt, in der Holzwerkstatt, in der Textilwerkstatt oder in der Medienwerkstatt ihre eigenen Projekte umsetzen können. Neben unseren Workshops, die wir anbieten, kann man unter Anleitung kleine Läufer bauen. Das sind Roboter, die durch die Gegend krabbeln oder Wölfe mit leuchtenden LED-Augen. Wir sind mit der Textilstation vor Ort und wir machen einen kleinen Parcours, wo man Roboter mit einer Taschenlampe durch die Gegend führen kann. Wir sind mit der Textilwerkstatt, die wir anbieten, die wir anbieten, die wir anbieten, die wir anbieten, die wir anbieten.